Für meine jungen Engelwölfe, Drachenen, Hexen und Hexer. Hey, hey, Wakantanka! Hey, hey, Wakantanka! Hey, hey, Wakantanka! Wir, die Himmelsfüchse, haben geschworen, dass wir nicht eher ruhen, bis der letzte Dämon vom Erdenkreis vertrieben ist. Oh! Ich spreche vor und ihr sprecht mir mit innerer Stimme, also tonlos, nach. Ich bin mir gewahr, dass ich Schöpfer, Schöpferin meiner Wirklichkeit bin. Y korrigiere. Und ich bin mir gewahr, dass jeder Schöpfung eine Wahl vorausgeht. Y korrigiere. Und aus diesem Gewahrsein treffe ich heute die Wahl von Freiheit. Y korrigiere. Und ich treffe heute die Wahl, dass mein System durch die folgende ESA zu 100% entsetzt wird. Y korrigiere. Und ich entwähle und wähle ab Besetzung Unterdrückung Verleugnung von Glückseligkeit Wollust und Freiheit All das wehle ich ab. ESA zu 100% erfolgreich Y korrigiere. Und alle Verleugnungen, die es noch in meinem System gibt, gegen den 100%igen Erfolg der ESA werden werden jetzt zu 100% gelöscht, Strich, Strich, Sinus korrigiere. Und alle Gründe für diese Verleugnung zu 100% geheilt und korrigiert, Y korrigiere. Und alle Gründe für die Worte Hey, hey, Wakan Tanka, segne meine Trommel. Hey, hey, Wakan Tanka, segne die Worte der Magie, die du uns geschenkt hast. Hey, hey, Wakan Tanka, hey, hey, wey vamos. Danke für die Worte, danke für die Einweihung, danke für die Wortmagie. Hey, 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 vivat Dragones, Y, Y korrigiere. Große Drachenmutter, durchfahre uns mit deinem Feuer, Vertreibe alles, was verleugnet, was uns unfrei macht Was sich von unserem Jammer ernährt hat Y, Y, korrigiere Hey, hey, große Drachenmutter, ich öffne mich deinem Feuer Hey, 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 hey Viva Dragones, Y, Y, korrigiere Und dann spricht mir wieder nach mit innerer Stimme Ich entsetze Leite aus Zu 100% in den Steinen oder in den Zetteln, die ich in meiner Hand habe Lösche Teile Und korrigiere zu 100% Alles Zu 100% alles An fremder Und selbst erschaffender Energie und Wesenheit Was bis jetzt dafür verantwortlich war Dass ich die 100%ige Zündung Von Liebe Poesie Wollust Freiheit Fülle Magie und Erleuchtung Verleugnet habe All das Ob selbst erschaffen Als Elementale Oder fremdwesentlich als Dämon Sprich Entität Wird jetzt hier und sofort zu 100% Y, Y, korrigiert Ausgeleitet In den Zettel oder Stein, den ich in meiner Hand halte Und in diesen für die nächsten 24 Stunden gebannt Y, Y, korrigiert Und dann stellt euch vor Das eine Unser großen Drachen nennen Die wir Die große Gnade haben Sie in unserem Schwarm zu wissen Hinter euch steht Und ihr Feuer Ihre flammende Magie In euer Scheitelschakra atmet Und stellt euch vor Dieses Feuer Fährt durch euch hindurch Und verascht Verliebt Verheilt Alles in euch Was dämonisch Oder selbst erschaffen Verleugnend war Alles Und stellt sie euch vor Wie sie hinter euch stehen Spürt ihre Zerblichkeit Spürt ihre Spürt ihre Macht Drachen Haben die unendliche Trias Aus Zärtlichkeit Poesie Und Macht Und geht ganz in diese Einbildung Wie sie euch hier Feuer schicken Und ihr Feuer Durch euch hindurch Brennt Und nichts Kann diesem Feuer widerstehen Nichts Y, Y Korrigiert Hey, hey Heiliges Drachenfeuer Heile uns Entsetze uns Und spürt Wie dieses Drachenfeuer In euch nichts weiter zurücklässt Wie Licht 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 Als Weyvamos Gefragt wurde Woran erkennt man Erleuchtete Hat Weyvamos Eine einzige Antwort gegeben Er wirft Er wirft keinen Schatten mehr Hey, hey Er wirft keinen Schatten mehr Hey, hey Samasati Die letzten Worte des Buddhas An seinen Besten Und Lieblingsschüler Ananda Sei dir bewahr Dass du reines Licht bist Samasati 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 Y, Y Korrigiert Hey, hey Hey, hey Hey, hey Und verneigt euch Vor unseren Drachenen Und ihrem eilenden Zerblichen Unendlich mächtigen Feuer Zu Johann Sprangen wir mit unseren Kindern Durch das Feuer Und wir sangen Springe durchs Feuer Und werde ein Neuer Ihr seid durch das Feuer gegangen Ihr seid neu geworden Leuchtende Hey, hey Ihr seid leuchtende geworden Hey, hey, hey Ihr seid leuchtende geworden Und dann sprecht mir wieder nach Esa zu 100% erfolgreich Y, Y Korrigiere Ich habe eine Freie und komplette Seele Y, Y Korrigiere Magisch Und mächtig Wild Und wollüstig Kraftvoll Und kreativ Leicht Und lieb Und fügt hinzu Was euch sonst noch alles einfällt Hey, hey Ihr seid durchs Feuer gegangen Und ihr seid neue geworden Leuchtende Y, Y Korrigiere Ist ein Leuchtende geworden Y, Y Korrigiere Samazati Samazati Y, Y Korrigiere Und wenn es immer noch Und wenn es immer noch Irgendwelche Verleugnung Gegen den 100% Den Erfolg Der Esa gibt Lösche ich sie jetzt Strich, Strich, Sinus Korrigiere Ich lösche sie zu 100% Und ich heile Alles Zu 100% Was für diese Verleugnung Verantwortliches Y, Y Korrigiere Ich fürchte nichts Ich erwarte nichts Ich bin frei Viva Dragones Aho 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 Untertitelung des ZDF, 2020